Hallo, ich bin Dominik Burch und heute kurz ein Video zur aktuellen Zeitqualität, zur astrologischen Zeitqualität, quasi zur astrologischen Grosswetterlage. Denn jetzt ist ziemlich was los. Ja, jetzt kommen wir, wir hatten jetzt noch ein bisschen Ruhe vor dem Sturm, aber jetzt geht es so richtig ab, astrologisch gesehen. Und das deutet natürlich darauf hin, dass dann auch auf der Erde hier ziemlich was abgehen wird. Ziemlich, ziemlich wirre Zeit kommt auf uns zu. Ich werde hier zuerst kurz ein bisschen einen Überblick bieten, was jetzt so Ende Oktober und Anfang November so astrologisch passiert. Dann nur ein paar Stichworte dazu geben. Dann anschliessend werde ich so ganz kurz ein bisschen so meinen Eindruck zusammenfassen, mit was ich rechne, was so auf uns zukommen wird und wie wir vielleicht am besten damit umgehen können. Ich werde dann wahrscheinlich nächste Woche dann ein Video voraussichtlich machen, wo ich dann mehr darauf eingehe, wie das Ganze jetzt quasi für dich persönlich dann am ehesten zutreffen wird, in welchen Lebensbereichen du hier voraussichtlich am meisten wahrnehmen wirst. Ich werde jetzt vor allem dann ein bisschen die Daten nennen, was wann passiert, aber wichtig ist zu verstehen, dass eigentlich alles gleichzeitig passiert. Es kommt nicht so sehr darauf an, wann genau jetzt die Mondfinsternis ist oder die Sonnenfinsternis, weil es geht um die allgemeine Zeitqualität. Ich habe es quasi hier einfach ein bisschen für die Systematik, gehe ich ein bisschen chronologisch mehr oder weniger vor, aber denkt daran, ja, das geht jetzt um die Zeitqualität. Und gerade wenn es dann um die Sonnen- und Mondfinsternisse geht, dann sprechen wir auch um längere Zyklen, die dann ungefähr ein halbes Jahr andauern werden oder können. Und dasselbe gilt natürlich für das Uranus-Saturn-Quadrat, das ich bereits in einem anderen Video besprochen habe. Auch für den Mars im Zwilling, der jetzt auch wieder ganz wichtig wird. Auch das ist ein Thema, das bis zum nächsten März weitergeht. Also einfach, dass du mich hier nicht falsch verstehst, auch wenn ich jetzt hier quasi die exakten Daten nenne, denk dran, es geht hier immer um längere Zeiträume. Und wenn dir diese Art von Videos gefällt, bitte gib einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und dann lass uns jetzt starten. So, am 22. Oktober haben wir eine Venus-Konjunktion mit der Sonne. Ja, auf 29 Grad Waage. Das ist das im eigenen Tempel der Venus. Die Waage ist ja das Zeichen der, ein Zeichen der Venus, Tempel der Venus. Und dort drin geht jetzt die Venus in Konjunktion mit der Sonne. Das ist ein sogenanntes Kasimi, nennt man das. Das heisst, die Venus ist es quasi, sitzt auf dem Thron der Sonne. Sie kann dort richtig erstrahlen, ja. Und das klingt wunderbar. Das klingt nach einer Art Super-Venus, die wir hier kurz haben. Das Problem ist nur, bereits einen Tag später, am 23. Oktober, bewegt sich die Sonne und die Venus zusammen, bewegen die sich ins nächste Zeichen rein, das Skorpion, ja. Und die Venus ist nicht gern im Skorpion drin. Dort ist sie im sogenannten Exil. Das heisst, sie ist zwar noch einen Moment lang im Kasimi-Zustand drin, wo sie quasi immer noch auf dem Thron sitzt, Du kannst dir vorstellen, die Göttin der Liebe und der Schönheit sitzt auf dem Thron des Sonnengottes. Und dann wird dieser ganze Thron quasi aus dem Palast der Venus rübergeschoben in den nächsten Palast, in den nächsten Tempel, des Mars, des Kriegsgottes. Und dort ist die Venus im Exil, dort ist sie nicht gern. Weil quasi der Master will, was ganz anderes als die Venus will. Aber weil sie immer noch auf dem Thron sitzt, ist sie wie geschützt, ja. Und kann immer noch erstrahlen. Das Problem ist dann, wenige Tage später muss sie dann vom Thron runter und dann sieht es dann anders aus. Und dann haben wir am 25. Oktober, haben wir dann auf 2 Grad Skorpion eine Sonnenfinsternis. Und mit dieser Sonnenfinsternis in Skorpion, Zeichenskorpion, wird jetzt wieder dieses Saturn-Uranus-Quadrat ganz, ganz stark aktiviert. Ja, weil eine Finsternis, eine Sonnenfinsternis oder auch eine Mondfinsternis, das ist eine enorm starke Aktivierung von diesem Horoskop-Sektor, wenn wir so wollen. Und ich habe bereits ein anderes Video dazu gemacht, ich verlinke das vielleicht hier zur Symbolik von Saturn-Uranus-Quadrat, was das bedeutet, ja. Kurz zusammengefasst, es geht hier einfach um quasi das Erzittern, das Erschüttern der Stabilität, ja. Die Strukturen, die bestehen, die wir haben, die sind seit 2020 ja enorm am Wackeln, ja. Da wackelt alles und jetzt mit dieser Sonnenfinsternis am 25. Oktober kommt ja ein erneut starker Impuls rein, das ist wie Licht aus, Licht an, ja. Die Sonne verdunkelt sich ja und wird dann wieder hell. Und da, ja, da kommt ein enorm starker Impuls drauf und mal schauen, ob da die Struktur noch hält, ja. Weil wenn du mein Video gesehen hast zum Saturn-Uranus-Quadrat, dann hast du ja auch gesehen, was quasi der historische Kontext ist, von diesem Zyklus, wo wir drin sind, wo wir jetzt quasi den letzten harten Aspekt haben. Jedes Mal ist da was zusammengebrochen, ja, in den vorhergehenden harten Aspekten, die wir gehabt haben. Wir hatten da den Fall der Berliner Mauer, wir hatten da zweimal Wirtschaftskrise, zuerst die Dotcom-Blase, die geplatzt ist und dann später die Weltfinanzkrise. Und jetzt sieht es halt eben schon so aus, als könnte da wieder was platzen, als hätten wir da wieder quasi Akutkrise. Könnte jetzt alles kommen, ja, weil die Aktivierungen sind da, vielleicht kommt es nicht, wer weiss, aber ich sage, das Potenzial ist enorm gegeben jetzt. Aber nochmals zur Erinnerung, diese Sonnenfinsternis, auch wenn sie am 25. Oktober geschieht, aktiviert eine längere Phase. Also das heisst nicht, dass genau am 25. Oktober bricht alles zusammen und wenn es nicht zusammengebrochen ist, ist Entwarnung, das würde ich überhaupt nicht sagen. Also wir sind jetzt einfach in einer Aktivierung, die dann eine gewisse Zeit lang, bis zu sechs Monate andauern kann. Und das Spannende an dieser Sonnenfinsternis ist eben nicht nur diese erneute Aktivierung, dieses problematischen Saturn-Uranus-Quadrats, sondern auch, dass es eben exakt auf der Venus geschieht. Die Venus steht dann eben auch gerade auf zwei Grad Skorpion und ist immer noch im Kasimis, ist immer noch im Herzen der Sonne, auf diesem Thron der Sonne. Und ich bin mir nicht so ganz klar, wie ich das interpretieren möchte, aber nur zu sagen, hier wird eben auch die Venus noch mal ganz, ganz stark mit aktiviert. Also die Göttin der Liebe und der Schönheit und der Kunst und so weiter wird hier nochmals ganz stark betont. Aber wie gesagt, das Problem ist, dass sie jetzt eben nicht mehr in ihrem eigenen Tempel auf dem Thron sitzt, sondern im Tempel des Mars, der Tempel des Kriegsgottes. Mal schauen. Und dann passiert eben, was mich so bedenklich stimmt. Und zwar, dass dann eben die Venus, die bewegt sich dann langsam von der Sonne weg, weil sie sich ein bisschen schneller bewegt als die Sonne. Und sie steigt dann quasi vom Thron oder wird vom Thron geworfen oder wie auch immer man das interpretieren möchte. Und dann geht die Venus aus diesem Kasimi-Bereich und als antiker Astrologe verwende ich hier ein Grad Orb für das Kasimi. Im Mittelalter hat man das ein bisschen enger genommen. Die Venus geht jetzt ab diesem Thron, ist im Skorpion drin, wo sie im Exil ist und das heisst, sie wird jetzt verbrannt. Ja, in der, wir sagen dem, sie geht in die Verbrennung. Sie bewegt sich, sie ist zu nah an der Sonne, aber eben nicht mehr in diesem quasi geschützten Bereich, wo sie auf dem Thron sitzt. Und das Ganze in einem Zeichen, in dem Skorpion, wo sie im Exil ist, wo sie eh viel Würde verliert. Wenn sie von der Waage in den Skorpion geht, verliert die Venus ganz viel an Würde, ganz viel an Stärke. Und das sieht einfach nicht so toll aus. Ja, ich kann das jetzt nicht irgendwie zu sehr massieren und beschönigen. Und dann kurz darauf, am 27. Oktober, bildet der Merkur ein exaktes Quadrat mit Pluto. Ja, Merkur-Pluto-Quadrat. Der Merkur ist dann erstmals immer noch in der Waage drin. Das ist quasi so ein bisschen ein abwägen der Merkur, sagen wir mal. Der versucht, auf verschiedene Positionen, verschiedene Seiten zu sehen, abzuwägen, ein Gleichgewicht zu finden, auch Gegenpositionen mit einzubeziehen. Und im Quadrat zum Pluto, da habe ich jetzt den Verdacht, dass hier Dinge aufgedeckt werden könnten. Der Pluto, der ist so das, was im Verdeckten ist. Da geht es auch um Themen rund um Macht und alles, was so ein bisschen fault. Ja, und ich denke, es gibt viele Dinge hier im Weltgeschehen, das ein bisschen nach Fäulnis schmeckelt. Und der Merkur, der geht jetzt in dieses Quadrat zum Pluto. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt in den nächsten Wochen da irgendwie was aufgedeckt wird. Und auch hier natürlich, der Merkur bewegt sich über mehrere Tage quasi im Orb, wo dieses Quadrat aktiv ist, besonders aktiv ist. Aber am 27. Oktober ist es dann exakt. Auch interessant ist, dass quasi bereits ein bisschen vorher ist der Merkur in einem Trigon zum Mars. Und der Mars ist da im Zeichen Zwillinge, das ist der Tempel des Merkurs. Und auch hier, der Mars ist da der Kriegsgott, der im Moment ziemlich in den Schlagzeilen ist oder seine Themen. und der Merkur ist jetzt in einem Trigon dazu. Da fliessen jetzt Informationen. Wie auch immer sich das dann manifestieren wird, kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Aber da passiert das. Das ist eine Aktivierung, die läuft dann bereits kurz, vielleicht ab dem 25. Oktober oder so. Und dann am 29. Oktober wechselt der Merkur sein Zeichen und geht dann auch in den Skorpion rein, wo bereits die Sonnen, die Venus drin sind. Und dann heisst es, dass der Merkur geht dann in den Tempel des Mars, während der Mars im Tempel des Merkurs ist. Die tauschen quasi die Tempel aus, die Häuser. Die haben einen Häusertausch sozusagen, einen Tempeltausch. und das heisst, die arbeiten dann irgendwie zusammen. Also wir haben hier eine Kombination wieder von Merkur-Themen und Mars-Themen. Und ich gehe da jetzt auch nicht weiter darauf rein, weil da habe ich auch ein Video dazu gemacht, versuche ich auch zu verlinken, zum Mars im Zwilling. Ja, weil da haben wir eben diese Thematik, diese Kombination von Mars und Merkur. Und ich glaube, wenn du dir das Video anschaust, das ich gemacht habe, du wirst es sehen, gerade mit Bezug auf die Ukraine ist da ziemlich viel bereits eingetroffen, was ich dort angesprochen habe. Und dann am 28. Oktober geht der Jupiter, der ist immer noch rückläufig, der läuft zurück und geht dann in sein eigenes Zeichen Fische wieder, zurück ins Zeichen Fische. Und dort ist er bereits auch schon der Neptun, der ist dort zwar auch rückläufig, aber der ist immer noch im Zeichen Fische drin und dann haben wir Jupiter, der alte Herrscher vom Zeichen Fische zusammen mit dem modernen Herrscher des Zeichen Fische, den Neptun. Der sind dann co-präsent. Und eigentlich scheint es ja mal, würde man jetzt sagen, ja, das sieht ja toll aus, der Jupiter und der Neptun im Zeichen Fische. Das hatten wir bereits anfangs, ja, im Frühling hatten wir das mal, ich glaube, wann war das im Mai oder ich bin es nicht mehr sicher. Und da gab es dann viele meiner Kollegen, die haben dann quasi die spirituelle Erleuchtung herbeibeschworen, die da natürlich nicht eingetroffen ist und auch jetzt würde ich da nicht allzu hohe Hoffnungen haben, denn für mich sieht das Ganze überhaupt nicht positiv aus, auch wenn der Mars, der Jupiter natürlich dort wieder in Würde ist, weil er in seinem eigenen Tempel ist, mir gefällt das nicht so sehr, weil wenn wir uns den Kontext anschauen, quasi die aktuelle Situation in der Welt, dann, wir haben ja Inflation, ja, wir haben hier Probleme von aufgeblähten Wirtschaftszweigen, ja, Immobilienblase und und und, wir haben da lauter so Dinge, die so aufgeblasen sind und wenn der Jupiter zurück ins Zeichen Fische geht, zusammen mit dem Neptun, dann hat das für mich so ein bisschen das, das gibt mir das Gefühl von hier bläht sich was noch mehr auf, das ist oft dann zu viel des Guten, ja, weil der Jupiter im Fische an sich ist ja was, was Gutes, was Positives, ja, aber für mich hat das einfach ein bisschen das Gefühl, das ist zu viel des Guten, da wird zu stark etwas aufgebläht, ja, zu viel Wasser, ja, das Zeichen Fische ist ein Wasserzeichen, könnte sein, dass wir Themen antreffen werden in den kommenden Wochen, vielleicht Themen wie Überschwemmungen oder sowas, Überschwemmungen im Sinne von wirklichen Überschwemmungen in der Natur, aber vielleicht auch Überschwemmungen mehr im Sinne von metaphorisch, ja, dass wir von irgendwelchen Dingen überschwemmt werden, nämlich Inflation ist auch so eine Art Überschwemmung, vielleicht haben wir einfach eine Überschwemmung an Krise, ja, zu viel, zu viel Krise, solche Dinge, ja, ich würde hier ein bisschen vorsichtig sein und den Jupiter nicht zu positiv bewerten und er ist da auch nur relativ kurz, ich glaube, nur etwa zwei Monate lang bleibt er im Zeichen Fischen, geht dann gleich wieder raus, zurück in den Wider und dann ganz wichtig, am 30. Oktober dreht der Mars um, der ist dann auf 25 Grad Zwillinge und wird dann rückläufiger. Das ist der Beginn der Rückläufigkeit vom Mars und das ist, ich denke, das wird jetzt die kommenden Wochen und Monate ganz, ganz stark prägen und das ist eine schwierige, schwierige Energie. Gerade im aktuellen Kontext drin gefällt mir das wirklich nicht, ja, ich würde dir jetzt hier gerne positivere Nachrichten bringen, das einzige Positive ist natürlich, dass ich mich auch täuschen kann, dass ich mich auch immer irren kann und vielleicht kommt alles ganz, ganz viel besser, ich hoffe das, ja, aber ich sage einfach, die Astrologie im Moment sieht nicht toll aus. Der Mars wird rückläufig, was heisst das? Auch hier nur ganz kurz, von der Symbolik her stell dir vor, der Mars, der war so in einer Vorwärtsbewegung, das ist ja die Tagkraft, das ist der Kriegsgott auch, ja, da war Dynamik drin, im Zeichen Zwillinge, was ein sehr dynamisches Zeichen ist, sehr viel Bewegung und jetzt kommt er zu einem Stillstand, ja, das kann zum Beispiel sein, dass uns hier jetzt der Mut verlässt, vielleicht sind wir, waren wir jetzt besonders aktiv, in welchem Lebensbereich auch immer und jetzt plötzlich verlässt uns der Mut, ja, das wäre so typisch, Mars dreht, wird rückläufig, ja, es kommt zu einem Stillstand oder wir treffen auf ein Problem und müssen dann quasi nochmal zurück und revidieren und schauen, einfach, was jetzt im Fluss war, was jetzt vorwärts ging, kommt jetzt zu einem Stillstand, und es kommt zu einer Wende, zu einer Rück, eine, wie sagt man, eine Umdrehung, ja, wir müssen jetzt zurück nochmal was anschauen, was wir vorhin vielleicht gedacht haben, haben wir jetzt bereits erledigt und hier natürlich von der Symbolik her sehr bedenklich, wenn wir jetzt einen kurzen Blick auf die Ukraine werfen, wir hatten jetzt in den vergangenen Wochen diese Erfolgsberichte aus der Ukraine, wo jetzt neues, wo altes Territorium der Ukraine erfolgreich zurückerobert werden konnte, übrigens auch sehr Mass im Zwilling, eben, wo, wo, quasi die Geheimdienste eine grosse Rolle spielten, wo die Aufklärung eine grosse Rolle spielte, wo Satelliten eine grosse Rolle gespielt haben, um Informationen über die russischen Stellungen zu erhalten, wo auch Täuschungsmanöver, quasi die Cleverness vom Mass im Zeichen Zwillinge eine grosse Rolle gespielt haben, wo da die ukrainischen Truppen da Richtung Osten plötzlich Gebiete zurückgewinnen konnten, das war ja Teil eines Täuschungsmanöver, wo man die Russen ein bisschen veräppelt hat. All diese Symbolik ist jetzt eingetroffen, die ich eben in diesem älteren Video schon angetönt habe. Aber jetzt kommt der Mars zu einem Stillstand und muss wieder zurück und könnte das heissen, dass jetzt quasi diese Territoriums Rückeroberung von der ukrainischen Seite her wieder rückgängig gemacht werden? Können die Russen da wieder vordringen oder wieder erneut dieses Territorium zurückerobern oder erobern? Sieht einfach nicht so gut aus im Moment. Die positivere Seite, die das sein könnte, es könnte auch sein, dass dieser Stillstand einen Waffenstillstand symbolisieren könnte. Das wäre möglich, würde ich hier auch nicht ausschliessen, dass wir quasi einen Waffenstillstand haben. Und gerade auch mit dieser Geschichte, die ich zur Venus erzählt habe, wo die Venus quasi auf ihrem Thron ist, in der Waage anfangs, das Zeichen von Verhandlungen, von Diplomatie, wo quasi die Göttin der Liebe, wo man, die Venus, die möchte Menschen zusammenbringen, die möchte nicht Menschen trennen. Und in der Waage, im Kasimi, auf dem Thron der Sonne, hat sie dort viel Kraft. Und das könnte sein, dass tatsächlich hier, dass die Kriegsparteien hier irgendwie an den Verhandlungstisch kommen, dass man hier verhandelt, dass es vielleicht einen Waffenstillstand gibt, dass es Verhandlungen gibt. Aber, wie gesagt, die Venus geht nachher in den Skorpion, geht ins Exil, wird verbrannt, der Mask wird rückläufig, das sieht für mich schon eher, wenn es zu Verhandlungen kommt, dann sieht es für mich eher nach scheiternden Verhandlungen aus. Gut, ich lehne mich jetzt schon ziemlich weit aus dem Fenster, ich hoffe natürlich, dass alles, was ich hier sage, viel, viel positiver sich manifestieren wird, aber ich versuche es möglichst so objektiv, wie ich es kann, möglichst viel Wunschdenken rauszunehmen, weil das ist in der Astrologie ein bisschen ein Problem, dass wir Astrologen dazu neigen, gerade wenn es um die Zeitqualität geht, immer sehr stark unser Wunschdenken mit reinbringen. kann ja okay sein, aber wenn ich den Wetterbericht anschaue, dann möchte ich wissen, wenn es regnet, damit ich einen Regenschirm mitnehmen kann und möchte nicht immer, dass mir der Wetterberichtstyp oder die Typin da sagt, ja, ist immer alles nur schön und Sonne und so und dann gehst du raus und landest im grössten Regenwetter und so. Egal. Ein weiteres Problem, das dieser Mars momentan hat, ist, dass er schon die ganze Zeit eigentlich in einem Quadrat zum Neptun steht und das Problem hier ist, dass der Mars der Kriegsrott ist, auch die Aktivität, die Tatkraft und all das und der Neptun vernebelt jetzt alles. Das ist der Mars, damit der Mars gut funktionieren kann, damit er effizient und effektiv ist, braucht er ein klares Ziel, der braucht Richtung. Das ist auch der Grund, weshalb sich der Mars so wohl fühlt, zum Beispiel im Zeichen Steinbock, wo quasi der Saturn ihm Richtung und Struktur geht. Aber mit diesem Einfluss vom Neptun in diesem Quadrat fehlt dem Mars diese Richtung. Der Mars ist wie orientierungslos, dem fehlt hier das Ziel. Der schiesst nur noch aus der Hüfte sozusagen. Und das ist schwierig. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist auch, dass hier der Mars, dass über dem Mars ein Schleier gelegt wird. Und dass die Aktivitäten, die Energie des Kriegsgott jetzt verschleiert passieren jetzt im Verborgenen. Das könnte auch sein. Wir haben hier zwei so oder so recht problematische Interpretationsrichtungen von diesem Mars Neptun Quadrat, dass das jetzt wirklich wichtig ist. Das war Ende Oktober und dann am 8. November haben wir dann die Mondfinsternis auf 16 Grad Stier. Uiuiui, das sieht ziemlich verrückt aus, weil das ist dann exakt auf dem Uranus. Der Uranus steht dann eben auch auf 16 Grad Stier. Und Uranus ist ja, der hat keine Geduld, der wartet nicht lang, der hat nicht gerne langsame schrittweise Veränderung, sondern das ist plötzlich sofort und jetzt. Das ist explosiv, das ist geballte Energie und die bricht dann aus. Und dann haben wir eine Mondfinsternis genau auf diesem Uranus, natürlich im Quadrat zum Saturn wird hier aktiviert. Eine ganz, ganz, ganz starke Aktivierung von diesem Saturn Uranus Quadrat schreit einfach nach Veränderung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Strukturen hier noch halten. Da passiert was. Vielleicht nicht gerade am 8. November, aber wir sind jetzt ganz, ganz massiv in einer Veränderungsphase drin. Veränderung ist das grosse Thema jetzt. Und übrigens am 8. November, das ist dann das Datum, wo in den Vereinigten Staaten die Parlamentswahlen stattfinden und ja, das wird uns wahrscheinlich dann irgendwie mindestens indirekt auch irgendwie betreffen. Ja, also wir sehen hier von jetzt bis sagen wir mal so bis Mitte November, da passiert unglaublich viel astrologisch gesehen, da brodelt es noch und nöcher und es geht ja einfach um Veränderung. Wir haben jetzt gesehen, vielleicht zusammenfassend, dass Massthemen sind jetzt ganz, ganz stark betont und ich habe bereits gesagt, das könnte Richtung Verhandlungen gehen, kann aber auch Richtung Eskalation gehen. Und wie gesagt, ich sehe zwar das Potenzial für Verhandlungen, für Friedensverhandlungen, aber ich sehe eben auch eine hohe Wahrscheinlichkeit für das Scheitern von Verhandlungen. Und dann, was folgt darauf, wahrscheinlich Eskalation. Ich hoffe es nicht, aber wir müssen jetzt einfach ein bisschen mit, wir können für das Beste hoffen, aber sollten vielleicht mit dem Schlechteren rechnen. Und auch mit diesem erneuten, ganz, ganz starken Aktivieren von diesem Saturn Uranus Quadrat All diese üblichen Verdächtigen, die jetzt in aller Munde sind, Wirtschaftskrise, Platzen der Immobilienblase und 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 Blackouts, Stromausfälle, all diese Dinge, ich sage jetzt einfach, ich kann ja nicht sehen, ob das eintrifft oder nicht, ich weiss es nicht, das sagt uns die Astrologie nicht, aber das Potenzial ist klar gegeben, das Potenzial für all diese multiplen Krisen, das ist einfach gegeben, das können wir nicht wegleugnen, ob es dann eintrifft oder nicht, werden wir dann sehen. Jetzt, wie können wir damit umgehen, was ist jetzt für uns persönlich so individuell so ein bisschen das Problem hier, natürlich alles Unschöne, was in der Welt passiert, das ist eines, aber ich denke, das Hauptproblem auf der persönlichen Ebene ist die Gefahr von einem ziellosen Handeln, es ist so sehr chaotisch jetzt alles dann, vielleicht bereits jetzt schon spürbar und es gibt keine Klarheit, es ist so viel Unklarheit, es sind so viele potenzielle Probleme im Raum, eben wie Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Inflation, Stromausfälle, kein Gas, die Strompreise hoch und all das, es ist so viel Unklarheit, so viel Unsicherheit da, es ist völlig chaotisch und mit diesem Mars-Neptun-Quadrat, eben diese, der Mars, das ist eben unsere, die Energie, wo uns handeln lässt, ja, das ist unser Handeln, unser Tun und die hat keine Richtung, ist orientierungslos, wir stehen im Nebel und jetzt denke ich, ist einfach wichtig, dass wir uns überlegen, okay, was sind unsere Ziele, was sind meine Ziele, was sind meine Prioritäten, ich denke, das ist ganz wichtig, zu überlegen, wohin möchte ich jetzt meine Energie fliessen lassen, ich denke, das ist wirklich wichtig, weil sonst verzetteln wir uns jetzt komplett, ja, kann auch sein, dass wir zu sehr abgelenkt sind von Nachrichten hier und sozialen Medien da und einfach, es rieselt von überall rein, wir bekommen so viele chaotische Nachrichten, das macht nervös auch und eben, die Gefahr ist jetzt einfach da, dass wir ein bisschen ausbrennen, dass wir uns zu sehr verausgaben oder zu sehr verrennen in eine Richtung, die wir nachher dann bereuen und das wir gar nicht wollen. Also wirklich wichtig, jetzt sich über seine Ziele versuchen, bewusst zu werden, so gut wie es geht und ja, einfach die Energie sparen, jetzt alle wie so ein Energie sparen, ich sage jetzt auch, du sollst Energie sparen, aber vor allem im Sinn von deiner körperlichen Energie und deiner intellektuellen, emotionalen Energie, versuche hier ein bisschen sparsam zu sein in den kommenden Wochen und vielleicht, ich denke, es ist jetzt sicher sehr, sehr angesagt, dass wir versuchen in die Ruhe zu gehen, dass wir uns quasi die Natur zum Vorbild nehmen, die Natur, die uns jeden Herbst zeigt, wie wichtig diese transformatorischen Prozesse in der Welt sind, wo die Natur jetzt eben auch geht jetzt in sich zurück, ja, die Pflanzen, die Bäume ziehen ihren Saft zurück in sich rein, bereiten sich vor, gehen quasi in die Ruhe, in die innere Ruhe rein, sparen Energie und so weiter und ich glaube, genau das sollten wir jetzt auch tun als Individuen, ich denke, das ist jetzt ganz, ganz wichtig und wahrscheinlich vielleicht die beste Strategie, wie wir jetzt in dieser völlig wirren und chaotischen und unsicheren Zeit, die jetzt uns bevorsteht in den kommenden Wochen und Monaten umgehen und auch ganz wichtig vielleicht und das ist quasi das Hoffnungssegment von diesem Video, ganz wichtig ist zu verstehen, dass all das, was jetzt passiert, ist Teil von einem langen, grossen Wandlungsprozess. Wir sind jetzt am Anfang von diesem Luftzeitalter, von dem hast du bestimmt schon gehört, das ist wirklich, wirklich ein ganz grosses Thema, das ist eine enorme Veränderung, die hier stattfindet und was wir in den letzten Jahren gesehen haben und erlebt haben, diese höchst unangenehmen Geschichten, sind Teil dieses Veränderungsprozesses und es gibt kein Werden ohne Vergehen, zuerst muss etwas vergehen, zuerst muss etwas sterben, zuerst muss etwas zu einem Ende kommen und aufgelöst werden, bevor etwas Neues entstehen kann und wir sind jetzt halt mittendrin in diesem Auflösungsprozess. Veränderung ist eben nicht nur immer toll und neu und neu und besser, sondern da muss zuerst mal etwas draufgehen und damit meine ich jetzt natürlich strukturell, Strukturen, Ideale, auch zwischenmenschlich zum Teil, welche Beziehungen, welche Freunde möchte ich beibehalten, ist mein Job noch der richtige und so weiter. All diese Prozesse sind jetzt einfach voll drin. Und das Gute an der Astrologie, das Schöne ist, dass wir auch, wenn wir jetzt in dieser schwierigen Situation drin sind, dass die Astrologie gibt uns ja einen gewissen Horizont und wir sehen ja bereits jetzt, ab nächsten Frühling gibt es eine enorme Verschiebung von planetaren Kräften und es wird besser werden. Und dann ab 2024, 2025, 2026, 2026, dieser Zeitraum bin ich mir ganz, ganz sicher, das wäre eine tolle Zeit. 2026 könnte so fast ein bisschen ein Höhepunkt werden in diesem Jahrhundert, in einem positiven Sinne. Scheint jetzt noch weit weg und ein bisschen vielleicht kaum zu glauben, aber es sieht danach aus. Ja, und jetzt müssen wir halt einfach ein bisschen durch dieses Chaos hindurch und am besten indem wir in uns selbst die Ruhe suchen, die Energie sparen und aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr verzetteln. Ja, auch mal ein bisschen Medienfasten, denke ich, ist sehr, sehr gut, denn die Medien, die machen uns verrückt, ja, was da zurzeit abgeht, auch mit der ganzen Propaganda von allen Seiten her, das ist so mühsam und bringt nichts, schadet uns nur. Okay, das ist meine Predigt für heute, ja, nochmals, falls dir dieses Video gefallen hat, bitte Daumen hoch, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns dann im nächsten Video, vielen Dank für dein Interesse und tschüss.